Wordpress, Avada Design, Container, Kolonnen, also Spalten und Elemente. Mein Name ist Birmin Lehner. Ich habe Avada Design installiert und bei Avada unter Avada eine Demo-Version installiert. Und hier Avada Construction, Sie sehen, ich habe das voll importiert. Und wenn ich jetzt eine neue Seite erstelle, unter Neu, Seite, das habe ich gemacht, dass wir bereits einmal einen Inhalt haben und etwas zu sehen bekommen. Ich schaue mir die Seite einmal an, Seite ansehen, also da ist schon vieles drauf in dieser Demo-Version. Und ich erstelle nun eine neue Seite hier, Neu, Seite. Ich beginne also mit einem Container. Ich sage hier, ich hätte gerne einen Container, halbe, halbe, das heisst mit zwei Spalten. Der erscheint hier sofort, der blaue ist der Container, das ist eine Spalte, das ist die andere. Und hier erstelle ich nun ein Element. Ich scrolle ein bisschen nach unten, ich hätte gerne ein Textelement. Hier Textblock. Sie kennen diesen Editor hier, Sie können sofort hier mit Schreiben beginnen. Oder dann, Sie holen Text aus dem Mail oder Word oder aus dem Internet. Da müssen Sie etwas beachten. Ich habe hier eine Internetseite geöffnet. Und wenn ich jetzt hier Text hole, also markiere, mit Ctrl-C kopiere und nachher einfüge, dann schleichen sich fremde Formate auf meine Webseite. Das möchte ich aber lieber nicht. Wenn Sie das verhindern möchten, klicken Sie hier auf als Text einfügen und fügen Sie den Text erst jetzt mit Ctrl-V ein. Jetzt habe ich also nur den reinen Text hier reingeholt. Ich speichere das und jetzt steht in diesem Element dieser Text. Sobald ich über den Text fliege, kann ich hier beim Bleistift wieder editieren und wieder speichern. Achtung, ich editiere hier den Text, hier die Spalte und hier den Container. Wenn ich etwas geschrieben habe, kann ich das veröffentlichen. Und bevor ich veröffentliche, schreibe ich hier natürlich noch einen Titel hinein. Das ist die Lage. Veröffentlichen. Nachher sehen wir uns das einmal an. Seite ansehen. Hier habe ich den Text. Dass der Seitentitel hier oben so fett im schwarzen Balken erscheint, das ist an einem anderen Ort geregelt. Aber ich hätte doch gerne hier zum Beispiel diese Überschrift noch fett und die Schrift vergrössert. Ich gehe wieder zur Seite bearbeiten. Gehe zum Element. Bearbeite hier beim Bleistift das Element. Und jetzt sehe ich, der ganze Text hier hat das Format Absatz. Wenn ich nun den Titel markiere und dem Titel ein anderes Format gebe, Überschrift 2, dann sieht es nachher völlig anders aus. Verwenden Sie nicht Überschrift 1. Das verwirrt Google. Verwenden Sie ab Überschrift 2, 3, 4 und so weiter. Also lassen Sie die Überschrift 1 weg. Ich formatiere das mit Überschrift 2, speichere das wieder, schaue mir das an mit Aktualisieren und nachher Seite ansehen. Jetzt ist dieser Titel hier mit der Überschrift 2 formatiert. Achtung! Man ist nun versucht, diesen Titel vielleicht noch fett zu machen oder den Text hier unten grösser zu machen. Ich probiere das einmal Seite bearbeiten. Gehe wieder zum Bleistift hier beim Text. Ich könnte hier tatsächlich die Schriftgrösse noch verändern. Aber machen Sie das nicht hier. Verwenden Sie nur diese Absatzformate und stellen Sie grundsätzlich die Schriftgrösse und die Schriftart an einem zentralen Ort ein. Wo ist das zu finden? Gehen Sie bei Avata auf Theme Options. Bei Theme Options gehen Sie zur Typografie. Hier auf Bodytypografie. Das heisst, das ist grundsätzlich die Größe der normalen Schrift, also des Absatzes. Das ist hier nun 15 Pixel. Ich vergrössere das auf 20. Ich habe hier eine kleine Vorschau. Ich hätte gerne eine andere Schriftfarbe. Ich hätte gerne ein Blau, ein Dunkelblau. Vielleicht ein bisschen dunkler, etwas so, dass man das gerade noch als Blau erkennt. Und das ist der Zeilenabstand oder die Zeilenhöhe. Und hier kann ich noch einstellen, wie fein die Schrift ist. Im Moment ist sie Medium 500. Ich könnte nun auch sagen, ich hätte das gerne normal 400. Hier unten habe ich wieder die Vorschau. Ich speichere das. Und jetzt sind in Zukunft sämtliche Textelemente genau in dieser Schriftart. Ich gehe wieder zu meinem Text. Hier bin ich wieder. Ich habe also nicht hier im Textelement die Farbe geändert, sondern ich habe die grundsätzlich geändert. Also wenn ich jetzt die Seite ansehe, ist der Text blau. Den Zeilenabstand haben wir vorhin gesehen. Jetzt hätte ich zum Beispiel gerne den Titel noch Fett und Orange. Das ändere ich auch nicht hier, sondern ich gehe wieder zu den grundsätzlichen Einstellungen bei Avada. Bei Avada zu Optionen. Bei den Optionen gehe ich diesmal nicht auf Bodytypographie, sondern Hader, das heisst Titeltypographie. Und hier steht der Head 1, also das wäre Überschrift 1. Ich habe gesagt, das lassen wir weg. Jetzt gehe ich zu H2, also Hader 2. 32 Pixel gross, das ist ja gut. Aber das hätte ich nun gerne Fett. Also nehme ich hier nicht nur 400, sondern, ich sage mal, ja 900 Fett ist doch ein bisschen dick. Ich sage mal 700 Fett. Und die Schriftfarbe hätte ich gerne Orange. Ich klicke hier auf Orange. Genau diese Farbe möchte ich. Ich speichere das, Save Changes und mein Titel wird nun automatisch Orange. Ich gehe wieder zurück zu meinem Text. Hier in meinem Text, wenn ich das wieder bearbeite, habe ich also überhaupt nichts geändert an diesem Titel. Das hat nur die Eigenschaft Überschrift 2, also Hader 2. Ich habe ja grundsätzlich definiert, das sei so und so gross und Orange. Und wenn ich mir das nun ansehe, ist das tatsächlich Orange, weil ich das grundsätzlich eingeschaltet habe. Ich füge nun rechts noch ein Bild ein, Seite bearbeiten. Ich gehe in die rechte Spalte, in die rechte Kolonne, Plus-Element. Ich sage, ich hätte gerne ein Bild, also ein Image. Hier Image. Ich werde gefragt, welches Image. Ich sage hier Upload. Oder dann hole ich das aus meiner Galerie. Ich hätte gerne dieses Bild. Ja, sagen wir dieses Bild hier. Das füge ich in die Seite ein. Speichern. Man sieht hier eine kleine Vorschau. Und wenn ich das aktualisiere und nachher auf der Seite ansehe, sieht das so aus. Das Bild ist rechts, der Text ist links. Jetzt hätte ich gerne aber das Bild links und den Text rechts. Also gehe ich nochmals hinein, Seite bearbeiten. Und das geht nun wirklich einfach. Ich packe hier die ganze Spalte, trage sie hier nach links und automatisch hüpft die Textspalte nach rechts. Oder ich hätte das Bild gerne ein bisschen kleiner. Dann kann ich hier statt ein Zweitel sagen, ich hätte das gerne nur ein Viertel gross. Das heisst, hier hat es nun wieder Platz für ein zweites Viertel. Ich kopiere hier mein Viertelbild bei Clone-Colon. Hier ist es erschienen. Ich packe es, stelle es nach rechts und ersetze das Bild hier bei Bild bearbeiten. Ich nehme hier ein anderes Bild, ich nehme hier diese Wohnungsansicht, in die Seite einfügen, save, aktualisieren. Dann schaue ich mir das an. Seite ansehen. Jetzt habe ich hier ein Viertelbild. Hier eine halbe Spalte mit Text und Titel. Und hier wiederum ein Viertelbild. Das war's.